Die Marktplatzgalerie ist nicht nur Hamburgs neuestes Shoppingcenter, sondern auch ein Center für alle, die Veränderungen und Neues lieben. Insgesamt wurden in den letzten 18 Monaten gleich neun neue Geschäfte eröffnet und damit ist das Center mit seinen über 60 Geschäften sogar noch vielfältiger geworden. Egal ob jung oder alt, ob Mann oder Frau, ob Technikexperte oder Modeprinzessin, hier ist garantiert für jeden was dabei und jetzt liebe Zuschauer wünschen wir Ihnen ganz viel Spaß mit einer neuen Folge von Ein Center für alle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die sind uns aufgefallen, ja. Deshalb kommen wir ja auch her, weil wir hier etwas mehr Auswahl haben. Seit dieser Neueröffnung sind wir fast jeden Tag hier, also meine Frau und ich. Wir passen zur Zeit. Also für mich ist alles dabei. Von Kind, Lebensmittel. Egal wann man hier durchgeht, ob morgens, man sieht immer wieder was anderes und sagt, ach ja, da gehe ich heute noch mal rein. Wie finden Sie das, dass jetzt für die Männer auch etwas dabei ist mit Saturn? Ja, kann man auch mal Shopping gehen. Ja, wunderbar. Ist auch sehr gut. Sehr gutes Einkaufszentrum. Nicht zu groß, nicht zu klein. Immer nette Leute hier. Sehr gut. Kann man sich wunderbar aufhalten. Super. Das hat hier früher gefehlt. Wir hatten ja ganz früher, als hier noch nichts war, das alte Einkaufszentrum. Und da haben wir gesagt, wie die gegangen sind, oh wie schade. Aber jetzt sind wir froh, dass sowas hier ist. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, Sie sehen, die Marktplatzgalerie ist in den letzten Monaten sogar noch vielfältiger geworden. Und das absolute Highlight der Eröffnungswelle ist ab November die neueste Filiale von Saturn. Mich selbst zieht es jetzt beruflich ins ferne Japan. Deshalb sage ich leider auf Wiedersehen. Meinen Part übernimmt mein Kollege Henning Habst. Hallo Henning, schön, dass du hier bist. Hallo, schön, dass du hier bist. Schön, dich zu sehen. Ja, 18 Monate. Du hast eine Menge Zeit gehabt, die ganze Passage kennenzulernen. Was ist denn ein absoluter Geheimtipp? Mein Geheimtipp ist ganz klar die Rutsche bei Hartfelder. Ich bin da einigemaliger gerutscht. Wie wäre es bei dir mit einer Runde? Wenn ich die richtige Figur dafür hätte. Ich habe ja schon die Weihnachtsfigur. Aber schauen wir mal. Ich trainiere mir einfach ein bisschen was ab auf der Rolltreppe. Und dann schauen wir mal, ob ich durch die Rutsche passe. Okay, Henning trainiert. Und währenddessen sage ich danke für eine tolle Zeit als Moderator bei 1Center für alle. Und schauen Sie vorbei, entweder auf YouTube oder auf Facebook. Wir sagen danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.